ja willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play valkyria chronicles in der letzten folge haben wir von gelandio ich glaube gelandio heißt das hier sind wir ein bisschen hineingestürmt und ich würde sagen ich habe keine ahnung was jetzt machen soll erst mal ich glaube wir machen erstmal den panzer fällig er hat uns so krass produziert dann versuche ich mal irgendjemanden da hochzukommen damit war hier diese ganzen unkarriere kaputt kriegen kanonenbunker der inbunker okay da ist wirklich mit irgendjemanden dahin schleichen sozusagen die schadet nach rechts und irgendein anderes wort gehen an links erstmal machen wir den abflug und weiß nicht steht ja da so blöde machen wir mit wenn die rosie ist ja ganz ungünstig ich glaube deine waffe wenn ich ein bisschen mehr als die von rosie ich glaube ihre ist überhaupt nicht auf entfernung ausgehen kann man aufstehen geschehen treffen soll ich kann uns wohl treffen durch dieses verdammte ding in den dh so und dann gehst du direkt hinter falls jemand auf die idee kommt hier durch zu kommen rein ist aber immer noch ein super das nervt mich rosie wollte ich nicht erst im panzer kaputt der hat sich gesehen ich weiß nicht aber wir sind auch dinge ins bunker also graben ja wohl kann man auch noch ein ich habe da drin sind sogar übrigens die na ja da sind die basen jetzt kann man hier jeden abflanken der uns hier vorbei läuft dann gehen wir mal mit mit eik nach oben okay hier schon aus mein rad na denkst du hier so rum so ich hoffe und unbeschallt hoch kommt überhaupt da hoch hoffentlich ich meine es ist ein bunker kaputt an da habe ich da wird es reicht nicht doch verdammt es reicht nicht was hat dinge das hat irgendwie um schummeln ja jetzt muss irgendwo so eine radiator sein ich nicht irgendwie um schummeln den zu treffen dann vom ball haben war noch ein zog ich muss dahinter sein hallo ich kann so genau hier was hat doch ja und da unten die basis einnehmen ok nämlich die basis ein aber ich komme da nicht hin verdammt mit raketen einschießen oder was verdammt warum sagt mir niemand und da ja gar nichts lago dem panzer kalt ist jetzt eigentlich nur noch da hochkettern auf dem turm und von hinten angreifen ich bin mir sicher ziemlich sicher wir schaffen es nicht bis dahinten deswegen wenn erstmal anschließen gehen dann auch ja ich konnte überhaupt nicht hin er mit seiner riesen karotten und möhren was ist der unterschied da kommen wir ja da kommen wir haben ja wirklich nicht mehr mehr an dann knapp so mein gott ging auch schon aber ich muss auch noch einmal treffen super kann mich jetzt nicht bewegen wenn ich jetzt scheiß geländer treffen so panzer sind schon mal weg geschah mich auch ok alicia wo bist du hier und sogar durch stadt wien füllt ich glaube nicht deswegen gehen wir von rechts aus sein ich verwarten keine leute auf mich oben rechts wartet einer was ist das auswalt otzwald meine ich attacke wer hat denn gedacht dass hier noch so ein typ ist marina ich glaube zwar nicht dass du es bringen wäre es aber man weiß ja nie der druckst du weg ich weiß ja da drin ist noch ein panzer watt hinter so weiter mit alicia wenn man da hoch oder nehmen wir die basis ein ja wir nehmen die basis was also mein gott aus dem panzer ok bei so in sicherheit jetzt kann es der panzer nicht mehr so leicht treffen also ich habe keine mehr dann halte ich messen werden auch wenn ich die bunker auseinander nehmen könnte aber lassen wir mal ich sage ich kann es auch mal die bads zu einnehmen das ist ja wohl noch schaffen aber das auch gar keine super da alle basen schon mal eingenommen aber ich muss ja gar nicht die basen einfach nur die dinge einnehmen die verdammten schalter umdrehen das auch noch einer was jetzt ich weiß nicht juno die dumme durch die bunker und versucht mal guck mal was da los ist ich soll auch noch irgendwas sein mein gott ich sehe gerade wie viele leute aner sind so hallöchen na hi auch hier aber ich habe sieben schüssel stimmt durch die waffe ich habe jemand getötet es war so schön so und wer da läuft tötet die man judo und läuft über die drüber der welt das beste und einer panzer das ist jetzt echt nicht alles abzuschießen da bewegt sich in der mitte gott hey du hast meine entdeckung weggeschossen du bastard zum glück weiß eiker wie man sich duckt das ist eine verlorene kunst ok also ich dachte er läuft jetzt volle möhre durch die minen warum nicht was sogar ganz vergessen aber niemanden da drin schaffen wir noch hier in diesem zug müsste eigentlich ach komm dir weg da tun wir es mit verstärken da wieder ausradieren oder der basis so wieder reinkommen juno tu mal ein bisschen voraus roten so auf der anderen seite hm so was bist du denn schon das ist die gettling hallo bitte verreck dort gibt es doch nicht so wie er einfach nur so da steht so und zurückziehen war dann hat sich das nicht geschafft da tun wir uns mal johann er kann den panzerkontoren sollte ich das ding aber ja eben zu kaputt haben sonst kriege ich probleme wir kommen schon am schnellsten jetzt dahin immer nach vorne das ding einfach umfahren wie kann not enter war soll hier verreckt noch endlich damit welchen werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr weit kommen aber gehen wir einfach mal hier nach links das ding auch umfangen vielleicht so eine rakete so zielsuchende tut ihr so einen bogen machen so da ist noch ein panzer und ja da bist du ja 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 da in der mitte auf geil du wirst sowieso nichts treffen jetzt so schafft es den landen zu treffen was ich irgendwie bezweifeln okay dann versuche ich mal dadurch zu kämpfen irgendwie was er kämpft genau für ihn verdammt ich muss darunter im graben so komme ich gar nicht dahin machen jetzt und auf jan warten ja ja schon mal alle basen eingebracht heißt niemand kann sich jetzt hier niemand kann jetzt hier mal auftauchen ja und erstmal die ganzen leute hier weg so muss das ist ja noch irgendwo einer nicht aber ich kann mit steuerkraut laufen aber langsam das wusste ich nicht ja verdammt ich idiot wir müssen jetzt die einzelnen leute hier noch kaputt brezeln vielleicht kann ich auch von hinten den panzer kaputt hauen vielleicht bringt es das ja ein bisschen ja 32 schüsse könnte ein bisschen dauern manchmal noch 44 bräuchte ich dann noch habe ich da kann sogar klappen leckt mich ich will es nicht hier sieben züge lang dinge abschließen doch tue ich nein tue ich nicht und dort schaut ok vorken jetzt gehen wir nach oben wo da oben ist auch nicht sicher in dem verdammten geschütze hier sind wir sicher schon wieder stehen jetzt macht sie irgendwie so gerne kann das sein dann haben sich jetzt doch beinahe so gehen wir nach das ist eine gute idee war da ist der letzte schalter wo kommt das denn her da war es ja jetzt voll gebracht da war sehr krug dieser zug vor knapp bei der einbewegt marina schaffst du es da hinten zu erledigen ne der ist hinter der wand verdammter dreck verdammter dreck ich treffe gar nichts ja bewegen wir sie runter und lassen den zug verstreichen von den gegnern jetzt kommen auf jeden fall keine neuen einheiten weil das schon mal gut oh gott oh gott ich habe total vergessen heike heike oh ne ne schon wieder aber jetzt kommt da keiner und damit sie auf gut wo es hat ein süßer schuss ja so john du wirst jetzt das geschehen hier umdrehen aber erst in der nächsten folge aber erst in der nächsten folge habe ich gesagt schießt du in dem so ein spiel so mal gucken wie das hier noch ausgeht in der nächsten folge ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und sage bis zur nächsten folge von let's play valkyra chronicles bis zehn ciao sowas dachte ich das nicht